Oh! Komm, hier sind wir. Hier ist jemand. Aber nur einer, glaube ich. Ach und hier ist ein BG. Ja egal, macht keinen Sinn. Der ist in dem Auto. Der fährt weg. Wir könnten es schaffen. Kann sein, dass du vorhin nicht gemerkt hast, dass zwei bei mir waren. Der ist so low. Komm, schnell hoch. Ja, ich muss hier raus. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum du 0-Bone immer spielst. Das macht irgendwie doch viel mehr Bock. Ja sicher. Scheiße. Röser. Auffassen. Im Haus sind welche. Und einer hat einen Hammer und der andere Rockett. Ja, pass mal auf. Was ich jetzt mit dem Haus mache. Oh. Hat sich jemand verdammt nochmal angeknitten. Aber der ist schon weit. Der andere sitzt im Haus. Kannst gerne einen Hammer nehmen. Kannst gerne einen Hammer nehmen. Wenn es geht. Wenn es geht. Oder hast du. Mit sechs Kalibur. Stimmt. Boah, der wird es so aufregend. Deswegen ist, wenn ich einmal tot bin, dann haben wir direkt verloren, glaube ich. Ja. Nix gegen dich. Nix gegen dich. Mhm. Okay. Ne, da drin ist noch nicht mehr. Ach du bist unten, sagst du doch. Ja. Damit da. Ja. Da schießt doch einer. Vom Wasser irgendwo. Warte. Warte. Ja. Oh, da ist er weg. Ja. Der ist sowas von weg. Erste Runde. Erste Runde. Lief geil. Hm. Ja. Ey. Ja. 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 Da kommt. Ja, jetzt. Das finde ich einfach gut. Kannst du kurz gucken, ob ich dich hier irgendwie wiederholen kann? Mh, ne. Ne? Dann war es komplett unnötig. Ja. Obwohl so unnötig jetzt nicht. Nö, du hast ja meinen Geld hat zerstört. Ja. Aber mal komplett. Ich sag's jetzt, es hat sich gelohnt, meine Einstellung zu ändern. Hm. Wär schön, wenn... Sind das Boss oder Gute? Das ist die Frage. Ah, das war ein Huhn. Ich hab gedacht, das war ein Gegner. Naja. Die Gegner sind hier auch so ein paar Hühner. Und das wäre jetzt ein Problem, wenn die hier hochkommen. Weil... Bauen kann ich ja hier nichts. Just... Ach so. Ja, okay. die 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 oh mein gott nicht schlecht kann sie mal wieder was denn jetzt los was gewonnen zwei siege hintereinander hallo leute hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es vieles von euren lieblings streamer und content creator t shirts tourenbeutel hoodies und vieles mehr geht auf den link in der video beschreibung und holt euch eure produkte hier gibt es jede menge schaut es euch an und kauft fleißig ein mc rossi shop alles was ihr braucht ich dachte ich sollte vielleicht den beruf wechsel ja ich glaube ich möchte koch mein letztes projekt brachte ein monster octopus hervor der fast die stadt vernichtet hätte ja ich meine du machst ein tolles hähnchen curry an den knödeln arbeite ich noch gehst du campen meine neue wohnung ist erst in einer woche fertig also werde ich erst mal bei malz übernachten ich meine ja ich meine nein ich will nicht nicht das heißt ich würde wollen aber ich habe es immer gewollt ich auch ich habe es tatsächlich durch ich habe es tatsächlich durch